hallo und herzlich willkommen zur letzten folge auf der niedrigen hofbergmann oder auf der ersten version der hofbergmann gewahr das so wir werden jetzt alles verkaufen und dann morgen auf der neuen map version mit nichts starten erst mal und uns alles wieder kaufen was wir im moment besitzen herr kollege ja wenn sie produktiv ich stehe zwischen tür und angehen wenn sie produktiv sein du musst ein haufen zeug verkaufen fangen hinten ist die die maschine und frontlader hast du nicht aber nicht traktor und anhänger und alles was man sonst noch brauchen weiß ich gerade gar nicht nicht was war das wasser nie eigentlich brauchen nur ein traktor und zwei anhänger okay das förderband brauchen wir nicht doch doch müssen wir noch gewichte brauchen wir nicht gewichte können weg überlegen wer ob war dolly kann weg überlegung ist ob man den ladewagen noch nutzen um stroh und zeug heu haben wir glaube ich noch was von ding und lade kann weg vier anhänger kann weg ja 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 doch dann verkaufen die das vieh würde ich auch verkaufen alles was geld bringt ja die baumsturmfräse kann weg die kettensäge ladewagen lassen ladenwagen würde ich mal noch lassen ja schwader weg wende weg wo ist denn das gasthaus ist unten in der stadt äh ne weg weg schriegel weg ja nein ja dünger weg putze weg klug weg ja kartoffeln ist immer schnell weg da kriegt man leider die kartoffeln nicht mehr raus aber sind sowieso immer tausend brechen schneitwerk ja weg silohopper ja rottmann nein frischer ja ja und so äh der beta gator kann alles weg ja von den gator kann auch und das war's und dann sind es halt nur noch die boxen ok dann kannst du eigentlich den gemüse 512.000 gemüse kannst du verkaufen die parzellen werden zu verkaufen bis auf bis auf unser land also den hof die hofparzelle noch nicht das werden wir nie mehr erreichen diesen kompestand naja wir werden ungefähr mit einer million erstmal starten äh warte mal wo muss ich denn eigentlich hin gasthaus alter nee hat der jetzt öffnungszeiten 11 bis 0 uhr aber wo lade ich denn hier ab 11 bis 0 uhr aber das tor ist zu 11 bis was uhr nein warenannahme im hof von 6 bis 15 uhr nice one scheiß geil ähm dann machen wir folgendes dann geben wir heute ein bisschen gas was die zeit angeht schnell hast du 120 dann können wir nachher schlafen können verkaufen ähm was ich jetzt noch mal ist kurz noch ein anhänger holen wieviel haben wir im silo ich schaue für dich gerne nach 50k 50k also wir haben 50k walzen knapp 2k werste ja ich gucke dass ich einen anhänger mit 50k krieg ich schaue ich schaue äh tiere verkaufen warten auch noch ne ja ich glaube schon ist verkauft worden was hat es gebracht keine ahnung ich habe dir nur geglaubt was du glaubst jetzt hat es geld gegeben Ja, für verkaufte Tiere. Ah, kein Platz mehr für Käse. Ja, durchgehabt. Ich wollte den Anhänger, aber ich habe keine Ahnung. Für 50k gibt es keinen Anhänger. Den Strautmann Aperion, doch den gibt es. Den können wir ja nur mieten, das reicht ja. Ich habe kurz gerucht, muss ich mal sagen. Ja, ich habe ja was gekauft. Bemietet. Ja. Wird das hier angezeigt, was du dem Hofladen verdient hast? Oder nur als Einnahme? Ja, als Einnahme. Okay. Schade. Was haben wir denn jetzt noch? Stroh irgendwo, glaube ich. Und Heu im Laufe. Okay, was gibt mehr Geld? Wir haben ja 250.000 Euro. Und Stroh gibt 79, also knapp 80. Ja, aber da ist der Handel auch im Moment so. Ja, und Heu gibt 88, auch bei der Bleiche, bei der Horse Ranch. Okay. Ja, aber da ist der Handel, also das ist der Handel. Ähm. Sechs Uhr geht es da weiter. Tiere sind schon alle weg? Ach nee, der Ding, die... 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 Einnahmengebäude? Ja, war noch von den Gewächsläuern. Hat dann falsch gefahren. Gewächsläußer. Ah ja. Die Wolle müssen wir noch verkaufen. Aber wir haben keinen Frontlader mehr. Doch, wir haben den Gabelstapler. Ja, okay, doch. Kann man auf den Strautmann draufballern. Oh, ich muss das Gelände kurz kaufen, sonst kann ich die Tiere da nicht verkaufen. Welches Gelände? Das von den Schafen. Ach, das sind die Pferde hier. Ich dachte, das hätten wir noch. Okay. So, wälzen. Cool. Bei der Kornmühle. Oh. Oh. Willst du es nicht wissen? Uh. Ne, dann will ich es nicht wissen. Ich glaube, ich weiß schon, was los ist. Oh. Oh. Iuiui. Ähm. Warum ist Wirtschaft auf normal gewesen? Weil wir es nur gemacht haben. Nein, wir hatten auf einfach oder nicht? Nö. Nö. Das war im RP. Oder? Ne, hier auch, weil meine Preise sind höher gewesen. Naja. Wir verkaufen jetzt mal bei guten Preisen die Kornmühle. Ähm. Gehst du mal schlafen? Mhm. Dann kann ich, aber, ähm, ja mach ruhig sechs oder fünf Stunden. Ich kann nur noch sechs. Ja, das passt doch. Äh, du kannst nur noch sechs Stunden schlafen. Fünf wäre nicht gegangen. Ähm. Also weniger wäre nicht gegangen. Ähm. Ne. Ne, ich kann möglichst sechs Stunden schlafen. Scheiße. Okay. Schmeiß mal ein Käse da raus bei der Käse, weil das aufhört. Ja, hatte ich eben, hatte ich eben schon gemacht. Ach so, jetzt nochmal, wenn wir geschlagen haben. Mhm. Ähm. So, heute ist egal, wie wir auch fahren. Von dem her. Gut. Da, ich glaub, da brauch ich nicht nur einen Käse raus tun. Alle. Ja, einfach von der Ding runter, den ersten runter schmeißen. Also der beim Käsekübel steht. Kann er nachproduzieren. Also eine Million haben wir auf dem Kondo. Ich weiß gar nicht, mit wie viel Geld haben wir denn gestartet? Eine Million und zweiundfünfzigtausend. Okay, aber wir haben noch ein paar Fahrzeuge, Anhänger und natürlich das Hofgrundstück. Also von dem her haben wir schon ein bisschen Gewinn dann. Das werden wir über ein separates Konto dann klären, wo wir uns das Geld wieder gut schäuben. Ich mach das Ding mal aus, weil es ist eh unnötig, oder? Äh, Förderband? Nein, das ähm, bei der Käserei. Ja. Sonst kommt die Weltmeldung in fünf Minuten wieder. Äh, jetzt bin ich grad am überlegen. Wie viele Kartoffeln sind denn da noch? Ähm, nicht noch viele. Ich fahr mal mit dem Arperion hin, weil dann muss man ja zum Händler. Jo. Und dann... Was haben wir noch zum Verkaufen? Das war's eigentlich, oder? Das Hofgeländer, die Kisten. Ja. Den Eimer, die Traktoren, Anhänger, Ladewagen und das Ding. Äh, Ladewagen, da könntest schon mal was reinballern. Ach, da war was. Jetzt muss ich ja noch was tun. Ähm, Heu. Passt ja gar nicht. Und wir haben... Zum Pferdehof. Da ist die Tür aber nicht arbeiten. Wo sind die Ladewagen hingestellt? Beim Fahrsilo. Ah, ja. Da war's. So, was kriegt man denn für die Kartoffeln? Nach dem neuen Preis. Ja, toll. Jetzt müssen die Kartoffeln zum Viehhändler, ey. Nicht mehr zum Gasthaus, sondern zum Viehhändler. Mal wieder. Hier die Dill. Darum muss ich das Ding-nya da erst... Guss... ja der band kann weg scheiße warum mache ich nicht aufnehmen kann warum auch immer du was nicht kannst das nicht aufladen guck mal ob es überhaupt geht ich dachte einiges würde gehen jedoch mal in der freien jetzt man muss reingehen und dann drücken ja du lässt ja von dem ding über anitel also was willst du denn jetzt schon werde ich habe keine ahnung der wollte sich nicht mehr aufstellen das war kollege kannst du mir mit deinen händen helfen nein ja danke auch so lange hier aufzuladen stehst du jetzt immer noch da drüben sei froh dass ich den anhänger jetzt stehen habe ich habe gesagt ich brauche hilfe dann läuft er hierher und meint er kann mir drücken helfen anstatt dass er mit einem traktor ankommt ich brauche hilfe habe ich nicht gehört sorry eine teil habe ich gesagt jetzt ist zu spät hab schon das hätte man mal deutlicher sagen müssen noch deutlicher nicht auf englisch das ist nicht so deutlich nächstes mal sage ich es auf kinesisch wow das verstehe ich halt noch mehr weißt du oder auf dänisch dann hast du keine ausrede mehr da musst du aber erst mal rausfinden wie das heißt okay google das ist verboten was heißt ich brauche hilfe auf dänisch ist aber heute ein bisschen langsam die dame okay google was heißt ich brauche hilfe auf dänisch have you heard is muss lauter stellen das will nicht moment ich im multitasking und so ihr kennt es ja wo muss denn jetzt hier die kartoffeln rein hier vielleicht wo ist denn der verkaufspunkt beim viehhändler habe ich schon mal kartoffeln verkauft ich hatte hier ich habe brug für hilf ja gute nach ich habe es verstanden ich habe brug für hilf ich habe brug für hilf Yelp. Was? Ja, Herr Poe. Ja, Herr Poe von Yelp. Alter, ich weiß nicht, wo die Kartoffeln hier verkauft werden. Hier nicht, in der Scheune drin nicht. Gut, aber wir werden die Kartoffeln jetzt noch verkaufen. Ähm. Werden wir das? Ich weiß nicht, wo die reingehen. Ja. Ja, und dann starten wir morgen neu, komplett neu, auf der Hofbergmann-Map mit der neuen Version. Ja, wo können die Kartoffeln? Vielleicht da hinten, muss ich da in dieses Fahrsilo reinfahren? In diesen Bunker? Ja, lol. Die sind aufgeteilt. Ich weiß nicht, warum, aber ich kann das hier nicht abkippen. Aber ich weiß, wo. Ich weiß, wo. Wo bist du denn? Ich weiß, wo. Ich weiß, wo. Warum? Weißt du was? Ich weiß, wo. Was machst du denn überhaupt? Ja, Heu verkaufen. Ah. Guck, 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 guck. Ich hab's geschafft. Du? Wo bist du denn? Ich weiß doch nicht, wo du bist. Bei der Pferde-Teile. Ah. Ähm. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar. Und da. Und bis morgen. Ciao. 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 Ciao.